Geh jetzt mal direkt in den Tag hinein! Hallo, Axel! Hey, Roxas! Du und Demix heute? Viel Glück! Was weißt du jetzt schon, dass ich mit Demix unterwegs bin? Das kann doch mal schief gehen. Hey, Roxas! Zwischenfrage, du Ass! Wie gut kannst du aufklären? Naja. Finde alle Herzen in Mission 52. Wo hab ich das? Naja, ich soll's besser sagen. Ah, ich hab sie, okay. Ich weiß das nie auswendig. Ist recht. Und dafür gibt es... Einen dunklen Barren. Okay. Gut, dass ich meistens die Mission auf 100% mache, wenn sie möglich sind. Ich schicke dich heute mit Demix los. Versuch ihm etwas von deiner Arbeitsmoral abzugeben. Etwas? Demix Moral? Beende die Herzlosenbetreuung in der Arena. Oh, das wird lustig. Ein unidentifizierter, riesiger Herzloser? Na, das klingt man schon gut. Auf geht's! Ach ja, die Arena. Ich mag sie immer und immer wieder. Egal, wie oft ich herkomme. Hm, schon wieder Herzlosenjagd. Dabei sag ich immer denen immer wieder, als ich nicht dafür geeignet bin. Äh, diesmal geht es um ein spezielles Ziel. Sykes meinte, es wäre stark. Es ist zu spät, nach Haus zu gehen. Ich muss also die ganzen Kampfvision machen, weil wir Partner sind. Na toll. Wollen wir uns drehen wie beim letzten Mal? Bist du irre? Und wenn wir es finden? Ich kämpfe ganz bestimmt nicht allein gegen das Ding. Ja, dann los, lass uns aussehen. Ich glaub, Demix weiß nicht, was er tun soll. Auf geht's! Binne den unidentifizierten, riesigen Herzlosen! Wenn der irgendwo in der Arena rumlungert. Ey, die Infernenoten absorbieren das Leben mit Feuer. Oh, das ist nichts. Eis! Bam! So. Da kann ich mal gerne haben, der Gegner. Also ich denke, er könnte mir das einzaugern, die schöne Feuerzauber. Hier ein bisschen Blitzspritzel! Blitzra! Zählt ziemlich lange. Ist ziemlich stark, für das es es tut. Nämlich Schaden macht. Autsch! Und Aero ist auch nicht drin, ne? Hui! Die ganze Margie ist hier nicht schlecht. So. Noch wenig Herzlos, ich will die Kisten wieder in den Weg haben. Einmal Pizimitra. Zum Regener-Status. Bitte sehr, danke sehr. Wup! Autsch! Na gut, dann halt so! WAHN SINN! 10 Abonnende! Oh, ha! Die müssen besiegen. Und ein Limit. So, ich will die Kisten abmachen. Da ist ein Donner-Stein drin. Ach, weißt du hast nur noch unter die, ich kümmere mich später. So, das heißt, einen riesigen Herzlosen-Kümmler. Das heißt, die Kisten abmachen. Mit einem Donner-Splitter und dann reingehen. Ich bleib hier draußen und ähm, 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 mach den Ausgang, Kleiner. Komm hier raus. Ähm, okay, keiner kommt raus. Ach so, wie vielleicht. Ah, jetzt bleibt er jetzt doch raus? Vorhin hat er was anderes gesagt. Ich habe auf dich gewartet, Kleiner, heute ist der große Tag, ne? Großer Tag? Keine Angst, ich habe dich bereits für die Spiele angemeldet. Du musst einfach nur das anwenden, was du im Training gelernt hast. Aber, na gut. Die Spiele sind heute, da muss ich teilnehmen, um in der Arena zu suchen zu können. Na toll. Hör auf zu träumen, Kleiner, ja? Du musst dann da draußen hellwachs sein, sage ich dir. Sag, wenn du beiseit bist. Man muss jetzt eine bestimmte Anzahl an Herzlosen besiegen, damit man zum Bossgegner kommt. Das ist in dem Sinn ziemlich cool. So, die dritt Schatzkiste. Ein Feldreicher. Oh, cool. Ich habe schon wieder kein ETH dabei. Egal, los geht's. Wir sind, äh, wir. Ich bin bereit. Rockst das auch? Gut. Dann stimmt das wir wieder. Okay, auf in die Arena. Denk immer an die Königsweg zum Musikleiner. Zwei Worte. Niemals. Jemals. Verlieren. Ist recht. Nimmst du ein Wettbewerbteil, Rockstas? Ah, so ist endlich's. Sieht so aus. Die Spiele sind jetzt die einzige Möglichkeit, jetzt in die Arena zu kommen. Ah, ich komme danach, ja? Ich hoffe sehr drauf. Hm, hm, hm. Ich glaube nicht, dass danach kommt. Egal. Auf geht's. Runde 1 besiege alle Herzlosen. Jey, los geht's. Die Arena. Ha, ha, ha. Ihr seid in der Arena. BAM. So ein T-Bert wird fässernd geworfen, mit Herzlosen schon clear und das alles zu klein ist. Und hier gibt's sogar das Emblem halt, ich konnte besiegen wollen. Hier das Qualabzeichen für den Challenge-Modus in dieser Mission. Der wird auch ziemlich lustig. Das ist eine der Mission, die ich sehr gerne mache, den Challenge-Modus. Herzlosen besiegen. Herzlosen besiegen. Herzlosen besiegen. So, das war die erste Runde. Achtet auf die Pose. Runde 2 besiege alle Herzlosen. Die Pose, die Rox das macht, äh, kommt aus einem anderen Spiel. Genauso wie die Pose, die, ähm, ein anderer macht. Also, das komme ich schon später. Jetzt hätte ich eigentlich einen, äh, äh, verdammt. Na toll. Schutz-Einge-Rack. Also, ich hätte eigentlich einen Knack im Hartz-1-1-1 sagen müssen wir uns zahlen. Und, das war fies. Das war fies. Also, ich hab das komplett vergessen damals. Na egal, nicht so schlimm. Das Problem ist hier, man muss nicht nochmal vom Fall an, oder? Problem? Ja, sagen wir zum Glück. Das Problem sind diese schwebende Geiste, die einen sofort umbringen. Wenn man nicht aufpasst. Da ist das gut ausweichen können. Also, Concentration, please! Das Problem ist, wenn man nicht mit der Kugel anbelangt. Die Kugel, die Kugel anbelangt. Die Kugel zu dem Anwalt. Die Kugel sind die Unterlagen und erlaubt. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nichts und wieder! Oh, das ist krass. Geht doch! Mann, sind die hartnäckig, diese Gäster! Runde 3! Bis sie alle herzlose! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Die Streifenarien machen einen coolen Sound! Bis zum nächsten Mal! 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 D Das war's für heute. Oh! und feuer das war ein ziemlich hartiger geselle und 5 du schlägst dich tolle glänner gehen wir in den nächsten kampf und der titel gehört dir ok dauert nicht so lange wegen klingens 1 aber ist recht ich weiß nicht über deinen final gegen aber so wie aussieht hat er schon so einige kämpfe gesehen pass auf sich auf ja das werde ich es bist du so weit gekommen lass den titel nicht einfach wegschnappen ja denke mir dran ich setze große erwartungen dich kleiner erwartungen du meinst du fühlst mir zu gewinnen befehlen warum redest du es wird ich vertraue darauf dass du gewinnen kannst vertrauen richtig jetzt gerne raus und gibt etwas auf die nuss ja ich habe mein bestes geben passt doch oder und hier ist da unser herz hey kleiner was du scheinst ja richtig gut voranzukommen was willst du jetzt sagt nicht dass du auch ein schüler bist ich wollte noch mal sehen was unser möchtet gern herzum macht eine zukunft ist mir wichtig nur mal sehen du hättest mir sagen könnt dass du auch hier bist versuche ich mich erst aussehen lassen doch das ja das ist ja auch noch gegen unsere eigene leute kämpfen und fünf besiege wegsiegbar jep das ist der überraschungsmoment ne ich brenne noch immer das wird lustig ne und viel denn du du es du Was ist denn? Das ist sicher irgendwie möglich. Ja, hau rein, hau rein! Ich habe was gehört. Da ist unser Ziel, Leute! Wir kennen ihn! Zumindest die aus Kingdom Hearts 1 geschaut haben. Der Stahlpanzer will ich ihn noch gerne nennen. Hey, ist das... Sieh an, Sieh an! Unser Ziel scheint hier zu sein! Oh jeh, sieht aus wie er das final verschoben worden! Hey, vergiss den Kampf! Bring dich in Sicherheit! Ich versuche Herkauf zu treiben, ja? Was redet der? Um noch das Beide mit zu sagen, was du gelernt hast? Immer doch! Hey, was? Muss ich ihn allein erledigen? Na toll! Los geht's! Besiege den Panzerwösterer! Das wird ein Spaß! Au! Der Handgriffstelle ist ein bisschen anders. Kommt mir vor! Kommt mir vor! Das kann jetzt länger dauern Das kann jetzt nicht mehr so gut Das war's für heute. Das war's für heute. Let's try. Das war's für heute. 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 Okay, und was für ein Schock herausfinden, dass es sich für der andere Finalist ist? Das war's für heute. Tja, scheint so, aber... Ich bin jedenfalls erledigt. Machen wir Schlusswerte. Was hast du gemacht? Also, ich habe hier ein Limitkampf vor mich geben. Ja, ich hatte nur einen einzigen HP, darum konnte ich andauernd ständig das Limit einsetzen. Das Problem ist, wenn man ein Treffer hat, dass er einen Schlag von gegen bekommt, ist man tot. Bein und her, ich muss ein Herzloser erlegen, der... Hä? Welcher Herzloser? Äh, äh, welcher Herzloser fiel? Wo ist er hin? Und wo ist Roxas? Roxas? Wer ist das? Der neue Schüler, den du gefunden hast. Ich rede schon seit Tagen von ihm. Schnell, Anfangsdusgabung. Sehr vielversprechend klingelt's. Ja, ich erinnere mich, aber derjenige, den ich aufgetan habe, hieß nicht Roxas. Was? Und er meinte auch, er bräuchte etwas Zeit hierher. Er dürfte auch unterwegs sein. Wen meinte er? Was aber dann? Wer war? Wen habe ich denn trainiert? Ja, Phil. Das ist eine sehr gute Frage, die er sich am besten selber beantworten sollte. Nur wen soll viel trainieren? Ich wüsste nicht, nicht wen. Hey, Shion, sind wir hier? Hast du auch einen Limitkampf hinter dir? Ich schon. Ich muss mal das Spiel speichern und eine Pause machen. Ja, ich habe meine Mission ganz schnell erledigt. Und wie war dein Tag? Ein bisschen hart. Du wirst nicht glauben, was Kikpa getan hat. Hey, hey! Shion, was machst du hier? Eis essen? Was willst du, dass ich gehe? Lass mich in Ruhe! Komm schon, das meinte ich nicht so. Kann sein, dass ich sie nicht so vertraue. Hey, Axel! Du warst im Schloss des Esenfalls in Kastler-Pleven, richtig? Äh, richtig. Wie ist das dort? Weiß. Weiß! Die Organisation nutzt es als Forschungszentrum. Und dauernd wird jemand dorthin geschickt, besonders du. Aber ich oder Roxas werden nie dorthin geschickt. Stimmt. Bis jetzt nicht. Wahrscheinlich brauche ich dich dort nicht. Das ist alles. Ob dort vielleicht keine Herzlosen aufdauern, kann ich mir nicht forschen. Vielleicht. Ich muss los. Hä? Hey, Abpassen! Und sie hat nicht mehr geschrien. Respekt. Alles klar, vielleicht soll sie durchaus ruhen. Nein, das ist nicht notwendig. Ähm, ja. Ich hab's! Äh, was hast du? Lass uns an unseren nächsten freien Tag zum Strand gehen. Hm? Zum Strand? Wie kommst du da auf? Hast du nicht auch Lust, mal woanders hinzugehen? Nur auf den U-Tum ist auch da aufs langweilig. Meinst du, nur wir drei? Ja, genau! Ich bin dabei, wenn ich darf. Ja, der hat gesagt, wir drei! Natürlich darfst du das, Shion! Das wäre bestimmt total klasse! Ja, bestimmt. Machen wir das! Hm, auf dem Strand bin ich schon gespannt. So, das war eine ziemlich lange Mission. Dafür gibt es kein Level-Up. Uh, aber hey, was cooles! Feu-ga! Ja, das ist ein richtig geiler Zauber. Gut, Leute! Hier ist der nächste Part. Ciao! Ich geh dann speichern. Ja, das war eine große雪in-Machung. Wie schickern.